Willkommen, willkommen zurück Grüß euch Du bist eine Lady, was hast du für eine Stimme? Junge, ich schnapp dir mal einen Vic Blau Ist ja unfassbar hier So, Hallöchen Leute Wir machen hier munter weiter in unserem verrückten Affenzirkus Achso, wir haben ja noch nicht erzählt Wer mitspielen will hier, der kann connecten, wie heißt denn unser Spiel? Ich hab schon mal verhissen Ja, Zombie-Zirkus Tremierer, Staffel 1 Glaub ich Ja, genau Werden Sie in die Videobeschreibung reinschreiben Dieses Mal Irgendwann Ja, machen wir schon, klar Versprochen, Zwinker, Zwinker So Reparieren So, der ist wieder schick 13 Schuss hab ich noch Alles klar Also, das macht mich noch wahnsinnig Ey, das wird uns noch die ganze Base kosten Dass du die Türen nicht mehr auflässt Du musst dich Bitte dran gewöhnen, dir mal zuzumachen Ich bin mir hergelaufen Nein, ich bin immer neu Also, Leute Wir haben Wir haben tatsächlich beide vier Punkte Ich weiß nicht, warum ich sie gestern nicht hatte Jetzt hab ich sie Ähm Das wär ja Quatsch Wenn ich jetzt das gleiche Level wie du Also, es gibt Sachen, die brauchen wir Ähm, ich wollt eigentlich Arzt Quacksalber Ah, ich find das doch gut Ähm Yeah, Wissenschaft So, da brauch ich Intelligenz Level 4 Intelligent bin ich nicht Einfallspinsel Du bist dumm wie Brot Verursachst aber trotzdem 200% Schaden Ist der Hammer, oder? So Ich hab ein Speer Äh, Schmiede Und Oh, ich muss nochmal gucken So, ich hab jetzt Intelligenz 4 Und bin jetzt offiziell ein Depp Ja, da bist du Buffer So, jetzt kann ich hier Wissenschaft So Jetzt gucken wir mal Ist immer noch gesperrt Weil Mir fehlt das Rezept Das ist übel Ich brauch Antibiotika Verdammte Axt So, wie viel Wie viel Steinpfeil Hm Aber es gibt doch noch mehr Pfeile Hier Ah Eisenpfeile Ach, da muss ich Ah, alles klar Ähm, die Die Schmiede Ähm Bau die mal Moment Ich hab mir jetzt erstmal ein paar Steinchen geholt So Und dann sag ich dir, was ich dazu alles brauche Hm, wir haben Wir haben alles Außer Lehm und den hole ich jetzt Ich hab mir eine Schaufel gebastelt Und geh jetzt Schaufeln Bäh Lehm Ja Ach, ich brauch noch mehr Steine Wobei es auch Haben wir Leder? Leder? Ja Ja, neun Wie viel brauchen wir? 10 Ah, ich hab auch zwei Leder Ja, sauber Ich hol jetzt erstmal aus der oberen Kiste alles raus Und mach das in die untere Kiste Und wir mal im Moment alles beisammen haben Genau Ach, ich glaub wir brauchen in der Schmiede auch Werkzeug Das wir dann wahrscheinlich nicht haben Ach ne, nur für bestimmte Sachen glaub ich Ah, das werden wir eigentlich sehen Ich überladen Klasse Ich bin hier auch sowas von überladen So, pass auf, ich packe den Lehm auch in die Kiste rein Okay Okay Das Essen auch Ja, aktuell kann ja noch alles in Ener hier Rationen, Papier, leere Dose wird gleich zerlegt Bratorenhülsen, Mods Ich hab drei Eier bloß? Ich hab noch ein paar in meiner Hand So, jetzt versuch ich's nochmal Ach, fünf Minuten jetzt Oh Gott Ach hier, warte, du brauchst die Hm, okay Ah, warte, ich mach jetzt erstmal hier alles rein Du brauchst die Eisenrohre noch Die hab ich noch im Inventar Ich glaub, der sortiert das auch gleich alles richtig Aha Was ist denn hier versteckt? Goldruten-Tee und Hühnchen-Ration Hahaha So, altes Waschbecken Ich kloppe dann mal alles kaputt hier Jetzt kann ich ran, okay Ah, ha, 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 ha So, ich hab hier mal die Dinger drin gehauen Die Rohre Mhm Dann müsstest du ja jetzt alles haben Ich prüfe Oh, das Leder Du hast das Leder vergessen reinzuschmeißen Seid mal Bitte kurz stehen, ich hab was gehört Hier schlechst irgendwer rum Hier schlechst irgendwer rum Leder Viel zu viel Kraft, muss ich ja mal dazu sagen Und Hilfeband Da hin Und noch acht kleine Steine Hier geh ich mir mal schnell kloppen Jo Zu, sonst meckert er wieder Okay, hier ist Oder bist du das? Ich bin draußen am Steine klopfen Ach, wir sind schon wieder ja nicht in der Gruppe Ah Warum? Weil wir geladen haben seit gestern Mensch Verbündet sind wir aber trotzdem, okay Das ist ja schon mal schön Weil ich dachte grad hier ist einer lang gelaufen Zombie Und Kohle Fertig Ich glaub hier weiter ein bisschen was kaputt Platz haben Okay, so natürlich nicht Nein, ich lass das jetzt laufen Dann glaub ich jetzt nischt hier Pech gehabt Läuft tatsächlich ein Zombie draußen rum Ja, beim Baum, zwischen Baum und Hütte Da kommt er sogar schon Ah, ich hab gesehen Los, hau drauf Halt Shot Achso, wer ist tot Kaputt machen Ich stech nach die Sau So, gab da schon wieder UTP Gibt da bald Level ab? Ja Sehr schön Da vorne ist schon wieder einer rumgelaufen Ne, ich würd's nicht übertreiben Ich bin infiziert Nicht, dass ich die noch infiziere Die armen Zombies Hier, Bäumchen wächst Bäumchen wächst Ah, die Samen hab ich auch alle drin in die Kiste reingemacht Okay Müssen wir dann später mal gucken Also wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Holz jetzt Also optimal wären so 2.000 bis 5.000 Kriegen wir das hin? Ich auch, klar Die Schmiede ist fertig Stell die dann aber in die Küche, ne? Also in die ehemalige Küche In die ehemalige Küche Okay Sag zu mir, ich soll die Tür zumachen Lässt sie aber dann selber auf Lalalalalalalala Halt Oh, die ist schon wieder einer Okay, das klingt nach, der ist hier gespawnt Ich glaub, hier sind mehrere gespawnt Wir hören aber nicht sehen Ich geh mal raus Was ist mit? Moment Ein Pfeil Ein Pfeil Oh Oh, erledigt So Achso, die Schmiede steht drin, ne? In der Küche Jo Ah, sehr schön So Die Schmiede der Stahl Brauchen wir Schmilztiegel Eisen Bruchsand Leere Dose Glaskrug Glaskrug Brauchen wir Sand und Lehm für So Das war laut Ach du Baum Feld Ah, das hat jetzt zu gut Ähm Ich geh mal Wasser holen Zur Sicherheit Was ist das hier eigentlich? Eisensperr Oh Nett Weg 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 Dich ja gleich mal Ummünzen Hier, äh Was gibt's hier? Na das ist ja noch Gesperrt Ähm Flasche Wasser Wir haben Steine klopfen So Brauch vier Minuten Okay So Also wenn Schmieden, also irgendwann haben wir hier fünf Schmieden gleichzeitig laufen und alles mögliche und die ähm steigern das Heat Level in der Umgebung und ab einem bestimmten Punkt spawnen dann Feinde Weil du die dann unlockst Weil du die dann unlockst Das nur mal zur Info Wenn wir jetzt die ähm verteilen Ne, das ist äh ein größeres Gebiet und du wirst du also über die Konsole kannst du rauskriegen wo denn der nächste äh das nächste Gebiet ist von der Heatmap aber das ist dann wahrscheinlich im nächsten Haus dahinten Ehrlich Gehe ich mal von aus Ah das ist vom Spiel halt so gewollt Ähm Zombie Jetzt mal mach ich das hier Zombies Zombie draußen, Zombie Komm mit ihm hin Ich komme Ich komme Ich muss mich aber auch noch treffen Ja Level Up Ja Bam Bam Halt sie mal Level Up hier Was auf du Bam Cop Up Hahahaha Schön So bösartig So was level ich denn jetzt Ich hab ja noch ja keine Ahnung Ach sie zu viel Sieht einfach zu viel Was brauchen wir denn für Mal Arzt könnte ich ja jetzt Quacksalbe Heilmittel stellen 30% mehr Gesundheit wieder her und heilen 60% schneller Du heilst Mehr EP wenn du verbindest Ne Ich Fortgeschrittener Ingenieur Ich glaube ich hebe das alles erstmal auf Grundausbildung zum Feuerwehrmann Achso das sind die Bücher die ich schon Aha Bietet die Möglichkeit Honig von Bäumen zu sammeln Das ist ja cool Plündere Särge für Knochen, Schmuck und wertvolle Edelsteine Die haben echt viel geändert hier Was drehen Irgendwo muss man anfangen Fertige Werkzeuge von Qualität 2 Schlecht In Klammern schlecht Erhöht den Werkzeug Schaden Aha Das ist aber Bergarbeiter Stein und Bäume kann ich damit schnell aus dem Weg räumen Hauptader Sammle mehr Rohstoffe und schnapp dir die Hauptader Ne das Das sammle ich so schon Ne ich mach mal das hier Weil ich werde nämlich Bergarbeiter Und ich will jetzt äh gleich demnächst damit anfangen Ich muss aber erstmal diesen verdammten Kühlschrank hier wegkriegen Und dann will ich mich nach unten einbuddeln So Dann mach ich hier nämlich ein Loch Loch rin Und dann Holzleiter Ja So Das ist natürlich jetzt äh Das ist ja nicht alles schon dunkel So ich bin äh wieder da Ich musste mal kurz mein Kind ins Bett bringen Meine Aufnahme konnte ich ja pausieren Haha Oh ich lass auch nicht auf mich laufen Jo So Hab ich hab ich hab ich hab ich Ne hab ich nicht Genau Dann brauche ich mit 10 Leitern Und dann Jetzt in die Tiefe Auf Wiedersehen Ich kann dir nicht helfen Also ich will es nur vorbereiten Weil ich mach das eigentlich nachts Weil da kann man ja eh nicht Dann mal so Dann mal die Klappe geht dann so auf Genau Das wird natürlich eine Weile dauern mit der Mit der Muchachstier Äh Schaufel Und die hier durch ein bisschen schnell kaputt Vorbereitung für unseren Großen Großen Bunker Nein eigentlich nur für Ressourcen Oh wir sind hier sogar gar an einem Lehm vorkommen Dann krieg ich gleich Lehm In Rauen Mengen Das Lehm gefunden Wie bitte? Warum du den Lehm gefunden hast Hier Den schippe ich hier gerade Oh Ja Gut Jetzt bin ich Steinboden Ja da brauche ich eigentlich eine Spitzhacke Kann ich die einfache schon machen? Eisenspitzhacke Brauche ich geschmiedetes Eisen 30 Drei Leder Wie bitte? Und drei Klebeband Ist das fies Die wissen ganz genau Wie sie es schwerer machen Ja Wollen sie auch nicht zu einfach haben Ja Aber hiermit krieg ich das auch kaputt Dauert halt nur länger ne? Dauert äh Ja länger ist ja kein Ausdruck So warte mal Ich hab doch jetzt Kann doch jetzt schon besseres Werkzeug bauen So Zerlegen Mach ich doch schon ein bisschen mehr Ach Ach das geht doch mit der Stellennaxt Ähm Ja Wie gut EP mäßig? Dauerzeit Aber immerhin kriegt man wieder EP die man jetzt sieht Ich überlege gerade ob ich bis zum Boden runter gehe Bis zum Boden der Welt und da unten dann in ja in alle möglichen Richtungen gehe Mal schauen Versuch mal einen Baum zu fällen Aber wenn du Steine brauchst Musst du nur sagen kleine Steine Also davon sammle ich jetzt hier in Massen Ja ich bin draußen am Holz kloppen Brauchen wir ja auch Genau Bevor wir mit Beton und so arbeiten können Weil alles Holz Und die Die Stachelfallen Die sind halt echt sehr effektiv Aber die Ja die gehen halt kaputt Das ist das Und die kosten Pro Stück 20 Holz So Das wird ein Spaß hier Das wird ein Spaß Ich müsste mir eigentlich mal Gedanken machen über ein Gegenmittel Die Kotiker Quatsch Das ist verrückig hier unten Was hab ich denn hier? Eisen Cool Außen liegen lauter Eisen vorkommen Sauber So Dann ist die Linie kaputt hier meine Na schön Steinachst Ähm Erzähl mal was. Das erinnert mich trotzdem wieder mal total an den Farmsimulator. Was? Achso Bäume oder was? Ja und hier einfach jetzt hier irgendwas Monotones machen. Ja. Ja machen kannst du viel, aber musst du von vielem viel machen. Wo wir jetzt wirklich sehr konzentriert hier sind plötzlich. Ja. Ja hier ist ja auch unser Leben bedroht. Bei Farmsimulator. Ah wenn dich mal eine Kuh beißt. Baum fällt. Ich hätte gerne eine größere, ich hätte gerne so eine Axt. Eine Axt? Kein Punkt mehr. Schade, schade, schade. Ich habe Antibiotika gefunden. Der Durchbohrer. Du findest Schwachstellen der Rüstung deines Ziels. Aha. Ne Schmerzmittel habe ich gefunden. So rum. Geschmiedetes Eisen. Also das können wir schon herstellen. Mit Lehm und Eisen. was genau geschmiedetes eisen damit kannst du denn schon höherwertige werkzeuge herstellen ich komme was haben wir überhaupt alles werkzeuge und fallen so die holzstacheln die sind schon super aber halt 20 holz die eisenschaufel kostet auch leder mittlerweile die eiserne feuerachst die ist natürlich super der clown haben wir brauchen wir brauchen leder und klebeband aber kann man nicht mittlerweile klebeband auch herstellen ja aus kleber und stoff fetzen ok klebe ich einmal ach jetzt schon wieder in der truhe muss sein wenn du rausläufst musst du aufpassen augen aufmachen warum hast du da was gebaut ja ok dann mal das brauchen wir brauchen nämlich das brauchen wir nicht kann man das eigentlich auch diese einzelne abzulegen oder einen stapel zwischen also wenn du einen stack halbieren willst brauchst du einfach nur mit der rechten maustaste drückt halten und rausziehen dann ziehst du dir die hälfte aus dem stack raus das ist eine sehr sehr interessante info so jetzt guck mal kurz fackeln im sturm hier brauchen wir noch stoff stoff fetzen ach herr jemine ich habe überhaupt keinen überblick hier da oben ich habe zwei also brauche ich davon zwei dann werde ich mal die beleuchtung aktivieren auf jeden fall immer nah ran weil dann stehen sie nämlich da dauerhaft drin wenn sie in der irgendeine wand hauen ich will heute zeichnen auch 45 ist jetzt nicht so der knaller ich will auch drinnen was haben ja hier muss hier muss aufpassen so brauche ich auch mal zwer ja die haben sie aber schön ja die haben sie schick gemacht da hinten fallen bäume da komm ich schon mal mit hin schneebeere aufpassen jetzt wird es bald dunkel ich habe jetzt auch bessere ausbeute du bist durstig trinke wasser das schöne ist du kriegst in summe immer mehr baumsamen als du eigentlich brauchst da können wir hier nämlich nach und nach einen schönen wald anlegen der sollte halt nur ein bisschen weiter weg sein damit wir auch aus der ferne schon die ersten abknallen können wenn sie kommen wenn der zu spaß hier los geht ich habe nur eine feder das heißt ich kann noch einen schuss da ja so so upsala wolltest du da nicht eine schleiße hinbauen wollte ich noch machen jetzt schon ja wo ist dann die jetzt her gekommen komm komm put 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 huu hihihihi hihi hihihihi was denn ich habe den zombie angezündet haha hast du molotow cocktail geschmissen oder was Ich hab mit der Fackel zugeschlagen Hallo, Zambi, hier bin ich Völlig außer Atem Und? Einfach So, ich wollt ja tot 339 Holz hab ich schon wieder, sehr schön Soll ich dir auch mal ne bessere Axt bauen? Ja Gut 50 Sekunden, dann kann ich das tun Warte mal, ich repariert Ich will das jetzt nicht abbrechen 40 Sekunden Such doch nur Vogelnester hier Happy Rum ist eigentlich völlig Völlig egal Mal Das war jetzt nicht geplant Ich mach hier natürlich jetzt ein bisschen mehr hin Ja Ja Das war eigentlich nur noch hier durchkommen Das passt schon So Pass auf Dann baue ich mal ne Stein Axt Ich komme zu dir Ja Eine Endgame Stunde haben wir noch Bevor die Nacht hereinbricht Ja, ja Hör mal stehen Ich schmeiß dir mal hier die Stein Axt hin Ich schmeiß dir mal hier die Stein Axt hin Ja Ja, ich wollte jetzt auch nicht reingehen Du bist durstig Ja Es ist doch bei 80% oder so Ist alles gut Hab ich oben Baum fällt Weg Das ist auch weg Ah, hier brauchen wir noch Ach Ne, das dauert zu lange Aber der kann hier mal weg Ist das dann ein Vorschlaghammer? Hm, ne Wache Glaub ich Sehr langsam Aber sehr tödlich So Da du ja hier Unbedingt Ähm Dies möchte Eisentür Geschmiedetes Eisen Zehn Mal Hab ich das Tresortür Na die kriegen wir nicht Ach, wir machen eine normale Möchte erstmal aus Ich weiß ja nicht, was ich hier wegnehmen soll Ich Ich hab zu wenig Sluts hier So So Schleuse ist installiert Hurra Ach Sauber Aha Was ist das? Ist das ein Schotter oder irgend so? Ist doch hier, hab ich das hier nicht schon irgendwo gesehen? Zement war es nicht Ne Ne Hä Ziegelblöcke Stein Stahlgerüst Das brauchen wir, wenn wir irgendwann Zement machen können Was ist denn eigentlich mit Zement? Zement können wir tatsächlich schon herstellen Aber diese Zementmischung Dafür brauchen wir Ich glaube ein Zementmischer Ah, jetzt können wir uns auch einen Kochtopf und einen Kochgrill bauen Wohl Den Grill Da brauchen wir 31 Eisen und 6 Lehm für Okay Was wollte ich jetzt? Ich wollte doch was Ach, hier Pflastersteine, das ist so Lehmboden und kleiner Stein Und dann können wir schon die ersten Steine hier machen Aber das wollte ich gar nicht Betonmischung Aha Echt jetzt? Ah, wir brauchen Zementmischer Genau Fortgeschrittener Ingenieur Und Bauplan Zementmischer Fortgeschrittener Ingenieur Ja Da drin So Heißer Okay Das wird ja wieder am Spaß hier Sehr schön sieht das schon aus Sehr sehr schön So, das hier ist noch eine große Schwachstelle Definitiv Aus Gleich, gleich, gleich Gleich Nacht Ach So, ich brauche So eine Büchse Ja Hast du nicht gesagt, dass noch irgendwo Steine rumfliegen? Ja, warte, warte, warte Sieh mal Habe ich Ich hatte dir über 200 hier hingeschmissen Hast du die schon verballert? Verbessern von dem Eins denke ich Hier sind 408 Warte, ich packe die mal unten rechts in die Ecke Dann siehst du sie gleich Jo Ich wollte mir jetzt nur ein paar Pfeile noch herstellen Oh, das war ja gar nicht Jetzt habe ich hier ein Loch in unser Häuschen gebaut Oh, hier ist alles so duster Wir brauchen auf jeden Fall mehr Fackeln Die Musik hat sich geändert Ja Ja cool, die Lampe die funktioniert ja Die flackert zwar ein bisschen Ne jetzt, jetzt ist sie an Cool Dann brauchen wir hier schon mal nichts weiter machen Aber hier hätte ich doch gerne mal ein bisschen Ein bisschen Licht So Ich glaube, so viel Krach sollten wir jetzt nicht mehr machen Ähm Reparieren So, dann gehe ich jetzt nämlich in die Tiefen Nachdem ich was getrunken habe Hier, ach hast du das? Ah ne Trübes Wasser Wollte ich nämlich noch kochen Wollte ich nämlich noch kochen Epp 67 hatte ich Mal gucken 70 Das ist ja nicht wie viel kriegen Steht das eigentlich da? 20 Aha Ja, das reicht Das reicht Das reicht Ja, irgendwann machen wir uns hier mal ein paar mehr Kisten Dass es alles besser aussieht und geordnet ist Aber nicht jetzt So, dann wären wir nämlich schon wieder am Ende Äh, Leute wir werden jetzt die Nacht überleben Oh, warte mal Oh, warte mal Warte mal Warte mal Sie kommen Ich habe sie schleichen hören Ja, da kommen welche Ja, da kommen welche Die Spannung bringt dich um Mich erstmal Haben die uns entdeckt? Die suchen wir uns Ich finde früher war die, war die Schleichanzeige besser Da hast du immer gleich gesehen, ob sie dich suchen Ob sie dich entdeckt haben oder Ob du halt, äh, sicher bist Jetzt verstehe ich das, die Anzeige noch nicht so ernst Ich glaube je kleiner desto besser Ja, glaube ich auch Bewege, bleib zu klein Bis jetzt ist ruhig 15, 17, 32 Ach, ich sehe ja, stimmt, ich habe ja ja keinen Grubenhelm Verdammt Ich sehe da unten Januscht, wenn ich da unten kloppe Wackel mit Ja, na, ich Tch Sie schleichen hier rum Und jetzt ist Nacht, die rennen jetzt Oh, ich würde so gerne mal einen rennen lassen hier Ah, ne Kennst du mich? Ja, ich fahre das Ding Kein Problem Ach, das war mein Magen, ich habe Hunger Achso, ich wollte gerade sagen Gut Leute, jetzt ist, ich weiß, jetzt ist es spannend Und genau jetzt machen wir Feierabend Wir sehen uns morgen zum Sonnenaufgang wieder Auf Wiedersehen Tschüssi 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 Vielen Dank.